Leute, heute haben wir mal wieder eine Verlosung für euch. Was ist passiert Leute? Danke fürs Zuschauen, Stryker! Oh, nice! Ja, die fangen immer an. Ja, war der nicht? Ich fand, der war daneben. Lass es wieder gehen. Sonst holt Ronaldo wieder rum. Penaldo, back at it again. Penaldo, so wie er lebt und lebt. Er zeigt euch mal Pégé à la Neymar, wie man das macht. Der hat mal die Neid auf. Ich weiß ja nicht, ob der war. Paris! Was mit dem Madrilen? Achtelfinale aus? Für den nächsten Schuss, wo ich meine Sonnenbrille anziehe. Ich würde sagen, der war wahrscheinlich am cleansten. Und jetzt ist der Druck klar. Jeder hat getroffen und jetzt komme ich auf meinen Krücken. Aber Neymar macht das schon. Aufsache, das Ventil ist nach oben. Der hat eine Auge gemacht von euch. Die Madrid-Spieler sind dafür gekannt, dass sie immer Auge machen. Sonst wäre diese Verletzung auch gar nicht passiert. Was meint ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Leute, Bale. Bale ist ja Linksfuß, deswegen aus Fersar mit Lenkbruder. Bale ist ja nichts zu tun. Jeden Schuss ist da ein Krepp. Das ist doch mein Schuss. Ich muss echt zogen in der Wand schießen. Sie haben zu viel Druck. Das war eine Druckfahrzeuge. Dann machen wir den Sack zu, die Sacken. Freunde, ne? Wir sehen jetzt ein Zip, ne? Jetzt ist es nervös, jetzt ist es nervös! Konntet ihr das spüren, ne? Diese nervösität. Überhaupt nicht, Freunde. Ich wollte euch einfach eine Chance lassen, eine Chance. So Leute, diesmal für PSG. Letzter Durchgang. Ja, wenn ich jetzt treffe, haben die Jungs verloren. Ich will ja nichts sagen, aber der Hazel hat jetzt mal wieder Druck. Der sammelt den jetzt so drüber. Das sehe ich jetzt schon. Hazel, ganz Paris. Guck mal, wie das verbaut. Schaut auf dich. Beruf kenn ich nur aus der Toilette. Achtung. Achtung. Nein! Wenn Lauro gleich trifft, gibt es zwei Punkte. Vier plus zwei Punkte. Ja? Boah, wirklich? Wenn du triffst, unterschreib auf die Hand. Wenn ich treffe, zwei Punkte. Oh, für Ehre, für Ehren. Nachdrücklich. Immer mit Rabona. Rabona? Rabona! Leute, wenn ihr diesen geilen Ball gewinnen wollt, vergesst nicht mit zu spielen, ihr. Jeder kann gewinnen, jeder kann gewinnen. Naja, nicht jeder. Leute, die auf Insta haben. Die müssen sich Insta machen. Leute, die keine Freunde haben. Die heißen Lukas. Zum Glück bin ich Russe. Wenn er jetzt trifft. Hier, Real hat mir ja versprochen. Wenn ich jetzt treffe... Zwei Punkte. Okay, komm. 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 Das ist so bisher. Jetzt sehen wir mal. St.F., Leute. Da hat man gerade zu hoch gepokert. Jetzt dringend wieder Ernst am Boden und aktiviere. Wie machen wir das jetzt, wie besiegen wir Isel? Madrilin. Diese Kartoffelbrüder werden wir jetzt mit einem, wollen wir so richtig elegant mit so einem Rabone oder sollen wir vernünftig essen? Wir sind Kanakon, wir gehen immer auf Risiko. Immer auf Risiko. Wir wollen nicht nur gewinnen, wir wollen die sogar noch entehren. Diese Psycho-Spielchen von den Madrilen. Also diese altbekannten Tricks. Er ist selber nicht bereit. Paris! Paris! So Leute, jetzt kommt die Elfmeter-Challenge. Wir wollen das Hinspiel entscheiden. Also Elfmeter, Real oder Paris Saint-Jean. Erster Schuss Neymar Junior für Paris. Bist du ready? Ja! Eine Stunde später. Prima Ball! Ready? Komm Kevin Truck! Kevin Truck! Nimm das Ganze ein bisschen ernster, jetzt werden die Rappieren. Ready? Ja! Hey! Kumle! Was ist mit dir? Ich glaub der Scheich wird den mit dem ersten Flieger wieder nach Marokko schicken. Von wegen ernst. So jetzt das erste Tor im Elfmeter schießen. Schon traurig eigentlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieder das Ventil nach oben. Ihr kennt das alte Spielchen. Bereit? Ja, ja. Brecht euch niemals das Bein. Oder ihr werdet auch so schlecht schießen wie ich jetzt gerade. Oh mein Gott, der ist jetzt der erste Tor hier bitte. Oh mein Gott, ich bin wieder auf der Linie. Warte! 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 Der hat so Hass bekommen! Hey Will, ich will ja keinen Druck machen ne, aber du siehst ja, ich kann nicht performen, deswegen musst du heute alles bringen. Du bist ja Caravaggio heute. Ich mag Caravaggio und ich seh mich eher als Verati so. Berat, ja. Hauptsache du triffst. Ready? Ja. Was war mit dem Torwart los? Nee, hat er ausgeglichen. Jetzt mache ich Vorsprung. Ich muss langsam auch mal treffen. Ready? Ja. So Freunde, jetzt noch ein Treffer, dann hat Real das Ding hier jetzt nach Hause gefahren, würde ich sagen. Leute, das war's. 1-1. Wenn ihr ein Rückspiel sehen wollt, lasst einen Daumen hoch. So Leute, ihr habt's gesehen. 1-1. Wir haben das erste Duell gewonnen. Ziii! Ziii! Ah nein, ich bin ja in der Marke. Hier das zweite. Ganz genau. Aber wieder nur durch Elfmeter. Aber das war ja nur das Hinspiel, das war ja nur das Hinspiel. Das war ja auch Elfmeter, oder? Lasst uns nicht vergessen, das war nur das Hinspiel. Das wird noch ein entscheidendes Rückspiel geben. Vergesst nicht mitzuspielen, falls ihr diesen Ball gewinnen wollt. Und dann würde ich sagen... Ciao! Wow! Ja! 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 Ja!